Wir leben in einem Überfluss und das heißt, das bezahle ich als Kunde im Supermarkt alles mit, weil es wird ja nicht alles verkauft. Es ist imprävisible, es ist nicht so, was der Künstler zu essen. Es ist sehr schade, es ist sehr schade. Es ist die Brübelle, es ist die Schade. Also insgesamt werden 40 bis 50 Prozent aussortiert und dann kommt man schon ins Nachdenken. Die Computer checken die Farbe, um die Farbe zu sehen, und wenn sie die Farbe falsch sind, dann werden sie auf die Seite getrennt und weggezogen. Es gibt wirklich Bäckereien, die haben 20 Prozent der Ware über. Das ist eigentlich zu viel. Brot hat nahezu den gleichen Heizwert wie Holz, von daher brennt es sehr gut. Also wenn alle Bäckereien in Deutschland das so ähnlich machen würden wie wir, könnte man sich ein ganzes Atomkraftwerk sparen in Deutschland. Es gibt Dinge aus der Cameroune, die ich hier sehe, die mir so schlecht sind. Das ist ein grosses Gaspillage. Wir müssen nicht essen. Wir interviewen meine Eltern, meine Frau. Aber wenn man die Vierde eine Malte zu essen hat, dann kann man sie zéro essen. Untertitelung des ZDF, 2020